Hallo ihr Lieben, heute habe ich euch eine Knobelaufgabe mitgebracht, die folgendermaßen lautet. Wird die lange Seite eines Rechtecks um 4 cm verkürzt und die kurze Seite um 6 cm verlängert, so entsteht ein Quadrat, dessen Diagonale genauso lang ist wie die des Rechtecks. Wie lang sind die Seiten des Rechtecks? Es geht hier also um ein Rechteck und ein Quadrat. Ihr könnt ja gerne erstmal selbst testen, wie ihr an die Aufgabe rangehen würdet. Wir zeichnen uns erstmal ein Rechteck und ein Quadrat, dass wir ein paar Sachen mal eintragen können, was hier so los ist. Bei dem Rechteck, dazu kriegen wir gar nicht so viel gesagt, deswegen nennen wir die eine Seite des Rechtecks einfach mal x, also die lange Seite heißt bei uns x, die kurze Seite des Rechtecks heißt y. Jetzt, wie entsteht aus diesem Rechteck dieses Quadrat? Wir sollen die lange Seite um 4 cm verkürzen. Die lange Seite bei uns ist das x, das heißt, wenn wir von dem x, das ist dann die Länge der Seite in Zentimetern, wenn wir davon dann 4 cm abziehen, also x minus 4 rechnen, dann entsteht die eine Seite von dem Quadrat. Und die andere Seite entsteht, indem wir von der kurzen Seite 6 cm dazu rechnen, die soll verlängert werden. Also zu dem y rechnen wir 6 dazu und so lang soll dann eben die andere Seite des Quadrats sein. Das ist aber auch noch nicht alles, es geht noch um die Diagonalen, denn die Diagonale von diesem Quadrat soll dann genauso lang sein, wie die von dem Rechteck. Das heißt, die Diagonale, wenn wir die mal einzeichnen, die wir einmal hier und einmal hier, die sollen gleich lang sein, also können wir dann auch denselben Namen geben, nennen wir die einfach d. Die soll eben genauso lang sein, wie die Diagonale von diesem Quadrat. Ja, jetzt haben wir drei Unbekannte, nämlich x, y und d und da bräuchten wir auch drei Gleichungen, damit wir eine Lösung finden können. Also gehen wir mal auf die Suche nach einer ersten Gleichung, also nach einem Zusammenhang, irgendwas Geometrisches, was wir zwischen x, y und d irgendwie herausfinden können. Zum Beispiel haben wir hier bei unserem Rechteck ja ein rechtwinkliges Dreieck, hier unten. Und der Satz des Pythagoras sagt ja dann, also die Hypotenuse ist die Seite, die gegenüber von dem rechten Winkel hier liegt. Das heißt, wir können x² plus y² rechnen und da soll dann eben d² rauskommen. Das wäre der Satz des Pythagoras hier bei dem Rechteck angewendet. Und es funktioniert natürlich auch hier bei dem Quadrat, denn auch da haben wir ein rechtwinkliges Dreieck hier unten. Das heißt, die eine Kathete zum Quadrat plus die andere zum Quadrat ist dann die Hypotenuse zum Quadrat. Also dieses x minus 4 schön in Klammern packen, denn diese Seite soll quadriert werden. Dann rechnen wir dazu die andere Seite zum Quadrat, die dann so aussieht. Und das soll dann eben die Diagonale zum Quadrat sein, laut Pythagoras. Wir brauchen aber noch eine dritte Gleichung und ja, wir haben jetzt ziemlich viel benutzt. Aber was wir noch nicht benutzt haben, ist, dass das hier tatsächlich ein Quadrat sein soll. Und das ist ja dann der Fall, wenn die Seiten gleich lang sind. Das heißt, wenn diese Seite, dieses x minus 4, genauso lang ist wie die andere Seite, also dieses y plus 6. Und das wären drei Gleichungen, in denen unsere drei Unbekannten vorkommen. Und dieses Gleichungssystem können wir lösen. Das habe ich jetzt nochmal hier hingeschrieben und wir schauen jetzt mal, wie wir da vorgehen können. Aber vielleicht sehen wir als allererstes, dass das d eigentlich nur an dieser einen Stelle vorkommt. Und das ist eigentlich ganz praktisch, denn dann können wir das in einer Gleichung ersetzen. Also wir können diesen Teil hier, was ja d Quadrat sein soll, können wir hier hinschreiben, statt dem d. Denn dann ist in der Gleichung gar kein d mehr drin. Also in der zweiten Gleichung hätten wir dann die linke Seite da stehen, wo ja wirklich nur x und y vorkommen. Und auf der rechten Seite schreiben wir statt dem d Quadrat eben das, was es sein soll, nämlich x Quadrat plus y Quadrat. d ist nicht mehr drin. Die dritte Gleichung kann man so lassen. Oder wir stellen sie mal nach x um, indem wir hier plus 4 rechnen, was man vereinfachen kann, kann man dann auch einfach mal machen. Dann steht das x nämlich alleine auf der einen Seite und rechts hätten wir das y plus 10 dann, wenn wir diese beiden zusammen rechnen. Dann können wir die erste Gleichung auch rausschmeißen. Die gibt uns keine weitere Information mehr. Wir haben jetzt zwei Gleichungen, also die zweite und die dritte. Da sind jetzt nur noch x und y drin. Und jetzt machen wir einfach nur noch mit diesen beiden Gleichungen weiter. Vielleicht vereinfachen wir die zweite Gleichung erstmal, sodass wir alle Klammern auflösen mit den binomischen Formeln. Und mal schauen, ob sich das ein bisschen vereinfacht. Weil hier auf der anderen Seite steht ja auch noch x Quadrat und y Quadrat. Also schauen wir mal, was wir hier machen können. Die zweite binomische Formel hier angewendet wäre, vielleicht schauen wir sie ganz kurz mal nochmal hier zur Seite, wie die überhaupt ging. Die war ja a Quadrat minus 2 mal a mal b plus b Quadrat. Und das wenden wir jetzt hier auf diese Klammer an. Das heißt, wir quadrieren zuerst unser x, also x Quadrat minus 2 mal a mal b heißt minus 2 mal x mal 4. Das wären 8x plus den hinteren Teil zum Quadrat, also die 4 quadrieren. 4 mal 4 wären 16. Dann kommt das Plus. Und hier brauchen wir dann die erste binomische Formel. Also hier muss ein Plus hin, dann muss auch hier ein Plus hin. Das wäre die erste. Und genauso wie eben. Das y wird quadriert plus 2 mal a mal b, also 2 mal y mal 6 wären 12y plus die 6 quadriert. 6 mal 6 sind 36. Auf der rechten Seite steht dann das x Quadrat und y Quadrat. Okay, jetzt haben wir mal alles ausgeschrieben. Das Schöne ist, dass x Quadrat sich weghebt, wenn wir minus x Quadrat auf beiden Seiten rechnen. Und genauso das y Quadrat, auch das hebt sich von beiden Seiten raus. Also eigentlich steht da nur die minus 8x. Die 16 verrechnen wir gleich mal hiermit. Erstmal den y-Teil, also plus 12y und jetzt noch 16 plus 36, das wären 52. Und rechts, da steht einfach nur noch 0, weil wir das ja rausgehoben haben. Okay, das wäre die zweite Gleichung. Also statt diesem Riesending, was wir hier vorher hatten, können wir das so vereinfachen. Das habe ich jetzt hier schön hingeschrieben. Und jetzt nutzen wir die dritte Gleichung, um in der zweiten Gleichung was einzusetzen. Also das Einsetzungsverfahren verwenden wir, denn hier ist ja das x und hier ist auch ein x. Also statt dem x können wir das da einsetzen. Was steht dann in der zweiten Gleichung? Weil wir wollen ja x oder y jetzt endlich auch mal rausbekommen. Minus 8, lassen wir so stehen, mal und statt dem x setzen wir jetzt hier, was x eben sein soll, also y plus 10 ein. Und das ist ganz wichtig, dass ihr das in eine Klammer packt, denn diese minus 8 soll eben mit allem multipliziert werden. Dann kommt hinten dran alles andere, da wollen wir nämlich nichts ersetzen, da ist ja nur y drin. Und in unserer Gleichung ist jetzt auch nur noch y drin. Und diese Gleichung können wir dann endlich nach y auflösen. Aber zuerst müssen wir hier mal die Klammer noch auflösen. Also minus 8 mal y sind minus 8y und minus 8 mal 10 sind minus 80. Den Rest schreiben wir erstmal so ab, dann wird ein bisschen zusammengefasst. Minus 8y plus 12y wären 4y. Und minus 80 plus 52, minus 80 plus 50 vielleicht erstmal wären minus 30 und dann noch 2 dazu wären minus 28. Rechts dann gleich 0. Es sieht gut aus. Die 28 bringen wir mal noch mit der plus 28 rüber. Dann stehen die 4y links und rechts steht die 28. Und damit das y jetzt wirklich auch alleine dasteht, teilen wir noch durch die 4. Dann haben wir es geschafft. 28 durch 4 wäre nämlich 7. Und wir haben eine Lösung für unsere Seite von unserem Rechteck gefunden. Wir schauen gleich mal, was wir genau ausgerechnet haben. Als erstes finden wir noch x raus, denn nicht nur y wollten wir berechnen, sondern auch x. Das geht jetzt aber sehr schnell, denn in der dritten Gleichung steht das x ja schon. Alleine da und für das y können wir jetzt unsere 7 einsetzen, die wir gerade gefunden haben. Also 7 plus 10 wären 17. Und damit hätten wir unsere Lösung gefunden, denn wir sollten ja die Seiten des Rechtecks suchen. Und das wären einmal 17 cm, weil wir hier auch mit Zentimetern gerechnet hatten, und 7 cm. Und da könnt ihr gerne nochmal überprüfen, falls ihr euch irgendwie unsicher seid, ob dann tatsächlich auch das Quadrat entsteht und ob die Diagonalen auch gleich lang sind. Und das Quadrat vielleicht, die Seiten können wir noch machen, denn das entsteht ja, indem wir von der langen Seite 4 abziehen. Also 17 minus 4 wären 13. Und die Seite entsteht, indem wir bei der kurzen 6 dazu rechnen. Also 7 plus 6 wären auch 13. Das passt schon mal sehr gut. Dann muss nur noch die Diagonale, also die beiden Diagonalen hier gleich lang sein. Könnt ihr ja gerne mal ausrechnen, wie lang die Diagonale dann ist. Ja, aber ansonsten ist das die Lösung der Aufgabe. Dann schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr vorgegangen seid, ob ihr einen anderen Weg gefunden habt. Ansonsten euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut!